So, jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein junger Mann zu uns, er ist 14 Jahre alt, heißt Philipp und hat den fünften Platz beim Bundeswettbewerb Jugend forscht belegt. Er hat was ganz interessantes gebaut, er kann auch noch viel mehr. Aber heute hat er erstmal sein Solarmobil mitgebracht. Hier ist Philipp. So, Philipp, hallo, du bist 14 Jahre alt und du hast dieses Solarmobil gebaut, ganz alleine? Ja, für den Wettbewerb Jugend forscht. Das hast du ganz alleine gemacht? Ja. Hat dir keiner geholfen? Nein. Andere bauen Lego-Autos zusammen oder sowas? Ja. Braucht man da besondere Fähigkeiten, also ist es mehr handwerkliches Geschick oder technologisches Know-how oder was ist das Wichtigste? Also es ist schon ziemlich viel handwerkliches Geschick und ich habe mich seit ich klein war immer dafür interessiert und mein Papa hat mir das dann beigebracht. Okay, und vielleicht erklärst du es einfach, lass uns mal nach vorne gehen. Das ist also ein Fahrgerät, das basiert auf einem Cat-Car wahrscheinlich, oder? Genau. Und das fährt mit einer Batterie, einem Elektromotor und der Elektromotor, beziehungsweise die Batterie wird durch Sonnenenergie geladen. Genau. Okay. Wie weit kannst du damit fahren? Also ich kann so geschätzt dreieinhalb Stunden auf Vollgas fahren, das ist so ungefähr eine Reichweite von 80 Kilometer. Das heißt? Ohne die Batterie aufzuladen. Das Ding fährt über 20? Ja, so ungefähr 20. Ja. Im Moment nicht mehr ganz so, weil ich habe das ja gebaut, als ich 12 war. Du hast das gebaut, als du 12 warst? Ja. Was hast du gebaut, als du 6 warst? Ähm, da, also mein Hobby war früher, und jetzt eigentlich auch noch so Modellflugzeuge bauen. Ah, okay. Und so hat das eigentlich angefangen. Okay. Wieso hast du nur den fünften Platz belegt? Also das ist natürlich gut, du warst bei der Bundeskanzlerin, ja, hast die besucht, es gibt sogar Fotos von dir an der Bundeskanzlerin, kann man vielleicht gerade mal sehen. Da! Ja, ist schon fast so groß, ne? Ja. Ja. Und die Frisur ist auch ganz ähnlich. Äh, und, ähm, was hat der vierte Platz gemacht? Ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Es waren auf jeden Fall viele gute Projekte dabei. Ja. Aber auf dem Bundeswettbewerb, ich war ja unter 20 Teilnehmern ungefähr, war ich der Jüngste in meinem Fachbegeben. Hat, äh, gibt es da Interesse aus der Industrie, oder sind die auch schon? Nun soweit, in etwa. Ähm, also ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass verschiedene Städte jetzt auch auf elektrische Autos umstellen wollen. Und, ähm, das Projekt sollte ja auch eigentlich auch zeigen, dass es mit wenig technischem Aufwand möglich ist, sowas überhaupt herzustellen und dass es funktioniert. Und ich habe noch nicht mal auf das Gewicht geachtet. Okay. Aber auf deins? Ja. Wenn ich mich jetzt da reinsetze, wenn ich mich da reinsetze, dann? Ähm, weiß ich nicht, würde es wahrscheinlich nicht fahren, oder knacken. Weil ich zu schwer bin? Ja. Ich verstehe. Gibt es noch andere hier technische Finessen, die du eingebaut hast? Ja, ja, das hat ganz viele Extras. Und zwar, können wir hier zum Beispiel sehen, ich habe also Scheinwerfer angebaut, vorne und hinten. Sehr gut. Linker. Sehr gut. Und links. Es geht auch alles über die gleiche Batterie. Genau, ja. Sehr gut. Das wäre viel zu viel für die anderen. Der Motor, der sitzt nämlich hier hinten, der ist aus einem alten Elektroroller. Ich bin, ich bin, elektronisch bin ich überhaupt nicht begabt, da kenne ich mich gar nicht, also ein bisschen, ja. Also, ich kenne den Unterschied zwischen Ampere und Volt und so. Der Motor ist also am Elektroroller? Genau, da sieht man auch hier vorne noch den Griff. Es war nämlich viel zu aufwendig gewesen, diese Mechanik da drin auszubauen und da habe ich dann einfach den Griff. Den Griff drangelassen? Genau. Und wenn ich dann hier Gas gebe, bewegt sich der Griff. Das ist aber, guck mal, das finde ich zum Beispiel, das ist mechanisch fantastisch gelöst. Der Griff vom Motorroller ist hier vorne noch dran, kann man das mal zeigen? Der Griff hier unten und dann geht er durch die Lenkstange nach hinten und wenn man hier dran zieht, guck mal hier. Wie viele Stunden Arbeit stecken da drin? Ein Jahr ungefähr an Arbeit. Okay. Und Freizeit. Ja. Was hast du hier noch Interessantes? Was ist das? Das ist die Kamera. Und zwar waren bei Jugendforscht immer diese Wettbewerbsstände, da hatte jeder seinen eigenen Stand. Und die kann ich nämlich ausfahren, das ist eine Autoantenne von einem Radio, kann ich nach oben ausfahren und dann konnte ich dort über diese Wettbewerbsstände schauen und gucken, was die Konkurrenz macht. Da kann man hier unten. Hast du auch einen Monitor da, oder nicht? Hier unten sitzt dann dieser Monitor, da konnte ich das beobachten. Ah, okay, da kann man, wenn man drin sitzt, kann man das da unten, das ist ja cool. Kann man einschalten und dann habe ich hier aber einen separaten Akku, weil die Kamera, also die braucht nur 4,5. Die braucht viel Strom? Nein, nur 4,5 Volt. Ach, die braucht nur 4,5 Volt, klar, dann brauchst du ja gar keine 12 Volt. Die 24 hast du ja schon von den 12 Volt abgekoppelt. Das wird also, das funktioniert über Funkübertragung an diesen Sender hier unten und dann kann ich den Kanal einstellen. Ach, guck mal, da, man kann es sehen. Ja, guck mal, siehste, da oben sieht das Bild. Kann ich mal, ich guck mal gerade hier. Man kann die auch bewegen. Kannst du das tiefer machen? Die kannst du auch noch bewegen? Ja. Ja, gibt's das denn? Fahr mal was tiefer, dass man mich vielleicht auf dem Bildschirm sehen kann. Also, ich kann die nicht in verschiedenen Stufen fahren. Nur ganz hoch oder ganz nah unten. So, man kann im Prinzip auch durch den Fluss fahren und kann über den Monitor weiter beobachten, was kommt. Ist ja eine Art Periskop, ja. Was willst du später mal werden? Irgendein Beruf im technischen Bereich. Ein Beruf wäre gut, ja. Ja. Im technischen Bereich. Genau, vielleicht Maschinenbauingenieur oder so was. Ingenieur, Entwickler für Solarmobile etc. Was ist der Kostenaufwand für das alles, was du hier hast? Wie viel Geld hast du da reingesteckt? Da musst du erstmal einen alten Go-Kart haben, dann brauchst du einen alten Rollermotor. Wo hast du das besorgt? Also, das meiste ist übers Internet bestellt. Und die Kosten sind so insgesamt ungefähr 300 Euro. 300 Euro? Mhm. Das geht, ja. Was würde das in der Serienfertigung kosten, wenn du jetzt, sagen wir mal, 20.000 Stück davon im Jahr bauen würdest? Mhm. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Nee? Das ist zu klein. Das ist zu klein? Ja. Ach, ich fände es gut. Es sieht auf jeden Fall futuristisch aus und so. Fährst du damit mal zur Schule? Hast du schon mal gemacht? Nein. Oder kann das bergauf fahren oder ist dann die Batterie zu schwach? Es kann schon bergauf fahren, aber nur bis zu einer gewissen Stelle. Ich habe mal so ein Solarauto gebaut, das konnte aber nur bergab fahren. Habe ich damals, ich habe das Seifenkiste genannt. Ja, wirklich tolle Sache. Hast du ein Projekt, an dem du gerade arbeitest? Also ja, schon, aber dazu möchte ich eigentlich noch nichts sagen, bis es funktioniert. Achso, bis es funktioniert? Mhm. Okay, warum funktioniert es noch nicht? Weil das Lenkrad oder was? Nee, du musst mir nicht sagen, kommst du einfach wieder, ja? Ja, ja. Wenn du dann damit bei Jugend forsch warst und gewonnen hast, dann kommst du wieder und stellst uns das Projekt dann vor. Nicht, dass dir irgendeiner die tolle Idee klaut. Alles klar, vielen Dank, Philipp, meine Damen und Herren.